guten morgen wir befinden uns direkt auf dem weg nach zürich zum flughafen wieso weshalb warum das erfahrt ihr dann in diesem video fluff jetzt auch dabei leider ein bisschen angeschlagen das ändert sich hoffentlich in den nächsten tagen noch auch wegen den videos etc da kommt noch mal ein kleines update video dann später aber jetzt erst mal zu diesem video wir sehen uns wahrscheinlich in zürich am flughafen bis dahin hallo freunde nein muss man nicht und ich habe jo freunde was ich das alles grusatoschi freunde freunde guck mal da ist auch ein folg ein folg ein folg nur einer leider der zweite hatte keine zeit dann steigen wir gleich hoch in zürich kenne ich sie junge frau? nein was ist das? das ist ein ding die zwei bei der bei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020